Cool machen, oder? Eigentlich schon. Ich weiß ja aber noch nicht. Wieso hat er aufgegeben? Chris Locker! Die ersten Reihen, oder was? Locker! Chris, du kommst weiter! Chris Locker! Oh Gott! Locker! Man fährt kein Rennen locker. Doch, das soll er aber. Halt's den Maul jetzt! Ja, kann ich ein bisschen Posing davon nehmen? Oh, Locker!